Herzlich Willkommen und trotzdem immer noch um diese Uhrzeit munter und pünktlich und rechtzeitig genug noch um ein Tutorial durchzuführen und zwar ein Tutorial für altes Live Es ist aber noch etwas dazwischen gekommen, ich habe jetzt leider kein altes Live-Swimmer, aber ich weiß ja halt noch wie es funktioniert und ich lasse das jetzt über jemand anderen laufen, aber das wird noch unter Skywolves laufen Wir machen jetzt zur Zeit noch einen Wasteland-Server, da werde ich mich auch nochmal ein bisschen drum kümmern vielleicht auch nochmal Tutorial-mäßig nochmal drum kümmern Aber jetzt nochmal, um das Versprochene noch zu machen, ein bisschen was über altes Live und zwar altes Live-Skins-Bearbeitung, Erstellung, in dem Fall hier Bearbeitung Also, ich werde mir jetzt erstmal im Voraus, werde ich mir jetzt erstmal mein, ähm, wie heißt's Bildbearbeitungsprogramm PS2 könnte man runterladen, zum Beispiel Photoshop 2, Entschuldigung Äh, Photoshop 2 und Ähm, wie heißt's Gimp Jetzt habe ich's Also lade ich, gucke ich jetzt mal, ob ich irgendwo Gimp finde Äh, nehme ich mal die Chip-Version Vielleicht geht das auch besser Äh, lade ich erstmal Gimp runter Äh, jetzt habe ich's zweimal, erbrechen Sollte dann gleich fertig sein Ähm, währenddessen brauchen wir noch etwas anderes Und zwar, wir brauchen erstmal den Server, äh, die Dateien, die wir dazu brauchen Also, wir gehen erstmal altes Live, also in die, äh, mp-missions-Ordner Altes Live.altes Core Ähm, gehen hier in die Config-Datei Und Gehen von dort aus in die Vehicle-Caller-Config, die öffnen wir erstmal Die anderen Dateien brauchen wir gar nicht Ja Alle anderen schließen, das werden wir auch noch schließen So Jetzt gehen wir jetzt nochmal hier drauf Edit with Notepad Also wir brauchen einmal die Vehicle-Caller-Config-Datei.sqf Und die Vehicle-Caller-Str-Sqf-Datei Diese beiden Dateien brauchen wir Die tun wir hier rein Und als erstes brauchen wir dann die hier Also, wir gucken erstmal, was wollen wir machen Ähm Police-Helikopter Wo haben wir hier einen Police-Helikopter? Das seht ihr hier hinten Ziv ist für Zivilisten Cop ist für Cops Da haben wir einen Offorder Das ist aber jetzt erst Das können wir später machen Wenn man erstmal den Heli-Heli ist Das ist erstmal der Anfangssache Und hier haben wir den Sheriff-Heli Kennt ihr sicherlich Wenn er als Cop schon mal gespielt hat Hat bestimmt schon mal den Sheriff-Heli Den, ähm Hummingbird gespielt Für Cops Ich hab hier unten schon den Drinnen, den ich selber gemacht hab Ähm Wie wird es dazu kommen? Werde ich euch gleich zeigen Wir gucken erstmal hier den Link Wir haben hier A3 Das heißt also die A3-Installationsdateien Im Steam-Ordner Unter Findet ihr Erstmal in Eurem Computer-Arbeitsplatte Wie es damals schön hieß Wer das umbenennen musste Weiß ich auch nicht Ähm Da gucken wir nach Steam QR-Steam Gucken hier nach App Nach Steam-Apps Kommen Ne, hä? Ja doch A3-Arbeitsplatte Dann gehen wir hier in Im AMA3-Ordner auf Add-ons Und hier hat man die ganzen PBO-Dateien Und jetzt gucken wir weiter Jetzt brauchen wir hier die hier Das ist die RF RFPBO Machen Doppelklick drauf Um PBO-Dateien zu öffnen zu können Muss man sich den PBO-Manager downloaden und installieren Das war es dann auch schon Das installiert Und man kann dann die PBO-Dateien öffnen PBO-Dateien kann man nicht mit normalen Ähm Die Komprimierungssoftware Entpacken Da es ein Ähm Fremde Dateierweiterung Oder Dateiarchivierungs Oder Komprimierungs System Beinhaltet Das extra von Bohemian Interactive Entwickelt worden ist Und nicht Generell Standardmäßig Genutzt wird Bei mehreren Sachen Es wird nur bei AMA3 so genutzt Und bei deren Missionsspiel-Server-File-Dateien Und jetzt gucken wir einfach hier Das sind die Die Skins Die meisten Die hier drauf sind Standardmäßig Werden Aufgerufen Aus Der Spiele-Daten Die schon auf dem Computer installiert sind Durch das Spiel Das ist zum Beispiel Der Sheriff-Helikopter Der Skin Der ist schon vorhanden Also In RF-PBO Ist der drin Der öffnen wir Dann machen wir Doppelklick drauf Dann muss dann hier vorne So ein rotes Kästchen sein Wenn ihr die PBO-Meldung Runtergeladen habt Dann Macht ihr Doppelklick drauf Öffnet das hier Geht hier auf Heli-Lite-One Äh nicht Heli-Lite Geht hier Wie hier steht Data In dem Fall Data Aber das Ist alles eigentlich Ein bisschen doof Deswegen Um das hier Ganze Zeit zu öffnen Ständig Also Machen wir gleich Schließen wir das hier mal Entpacken das gleich mal Extract to Ähm Auf den Desktop Extrahieren Wird das nochmal Wird das jetzt extrahiert Und dann haben wir hier Irgendwo den Ordner Ähm Data Ordner Gehen Was brauchen wir jetzt noch Jetzt brauchen wir sicherlich Den Skins Data Ne Ach man Wenn man es auch mal richtig machen würde RF Heli-Lite-One Data Also immer nach dem Pfad hier gehen Arma 3 Hauptverzeichnis Ordner Oder Installations Ordner RF PBO Hab ich ja gesagt Wo ihr den findet Findet ihr in Add-ons Ähm Heli-Lite-One Data Ähm Skins Heli-Lite-One Ex-Sheriff Also gucken wir einfach mal Wenn ihr wollt Neue hinzufügen könnt Könnt ihr auch die Namen geben Aber Die hier schon drin sind Könnt ihr euch dann alle angucken Ähm Sheriff Da haben wir Kopieren wir den mal Einfügen Haben wir den hier drauf So Eine PA-Datei wird standardmäßig Nicht geöffnet Wenn man kein ordentliches Programm hat dazu Deswegen braucht man Von Armaholic Auch wieder ein Programm Das nennt sich Ähm TextViewer Das schreibe ich alles unten In die Ähm Beschreibung rein Ähm TextViewer von Armah TextViewer 2 So Da steht dass es nicht Nur für Armah 2 ist Ähm Für Armah 3 Ist es hier zu finden Das ladet ihr runter Da sind alle möglichen Bearbeitungstools Drinnen Hier oben stehen sie nochmal Die es für Armah 2 Und Armah 3 gibt Dazu gehört diese Foncto TGA Datei Und die Visit Ähm Die TextViewer 2 Das sind die zwei wichtigsten Dateien Die ihr braucht Aber wenn ihr das runterladet Habt ihr alle Alle Dateien Beziehungsweise Programme Zum Bearbeiten Von Oder wichtige Entwicklertools Für ähm Grafisch Entwicklertools Für Armah 3 Und Armah 2 Das ladet ihr runter Hier Und installiert das Die kompletten Alle Besten Am besten Ihr könnt auch nur die beiden TextViewer und Font Zu TGA Drunter Ähm Installieren Die anderen könnt ihr dann ablehnen Habe ich natürlich gemacht Also mit TextViewer 2 Öffnen wir Diese Datei Die lässt sich dann auch öffnen Und haben hier eine PA Datei Die öffnen wir Kann hier auch ein bisschen wegzoomen So Hier sieht man sie natürlich Die einzelnen Dateien Die es dafür gibt Jetzt gucken wir mal Was unser Gimp macht Das hat sich installiert Ausführen Installieren wir das gleich mal Die hier PA Dateien Lassen sich von keinem Bildbearbeitungsprogramm öffnen Außer von TextViewer Hier unten steht auch die Größe Wie groß die Datei ist dann Wenn man sie drauf lädt Auf dem Server Die muss ja dann mit dem Mit den Missionsdaten Alles runtergeladen werden Das heißt umso mehr Du da draufpackst Umso größer wird die Missionsdatei Bei uns sind sie 7 MB gewesen Also wir gehen jetzt Erstmal auf Save Ähm Save as Und ändern die ab In eine Nicht PA Datei Sondern eine TGA Datei Ja Damit ihr aber so was machen könnt Hier hinten einfach den Namen dran schreiben Weil sonst würde das nämlich Nur als Name gelten Müsst ihr noch vorher was machen Ich spreche jetzt nochmal ab Um dann die Änderung Änderung hinten dran zu hängen Oder allgemein Bei irgendwelchen Sachen Ähm Wie bei Bildern Oder Musik Hinten dieses MP3 Hinten dran stehen zu haben Weil wenn ihr jetzt Zum Beispiel Rechtsklick macht Umbenennen Und ändert dieses MP3 hinten um Ändert sich auch der Dateityp Um das machen zu können Was ihr dann braucht Bei dem TextViewer Müsst ihr folgendes Vorher noch einstellen Und zwar in Ordneroption Ähm Ansicht Und hier wirst du irgendwo stehen Dass auch die Anwend Äh die Ops Äh Ähm Die Dateipfadsendung Äh Äh Genau Geschützte Systemdateien Ausblenden Dadurch wird das dann ausgeblendet Ne Achso das sind die geschützten Systemdateien Hä Ach hier Erweiterung Ausblenden Genau Erweiterung Und Genau hier das hier ist es Hier das hier Da werden dann Ähm 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 Heißt ich gehe jetzt einfach mal hier Doppelklick drauf Habe hier wieder dieses TextViewer habe ich schon offen gehabt Also folgendes Ihr macht hier die Erweiterung Bei bekannten Dateitypen Ausblenden Macht ihr das Häkchen raus Geht auf übernehmen Okay Und Geht dann hier auf Save as Und dann könnt ihr einfach hier hinten dran Ähm Folgendes machen TGA Speichern Diese TGA Datei könnt ihr mit Photoshop PS2 schon öffnen Und dann ganz normal bearbeiten Wie ihr wollt Einfach Farbe ändern mit Ähm Farbeimer Oder mit einem Stempel Könnt ihr das bearbeiten Lässt sich alles so schön machen Ähm Haben wir noch irgendwas Ja Sonst Eigentlich nur noch die Installation hiervon Achjaa Oh, hab ich die jetzt eigentlich abgespeichert? Ach, da oben. Da steht ja auch jetzt die Lese auch im Bild. Da ist PA-Datei und da ist eine TGA-Datei. Hm. In alter Hinsicht kann ich immer sehr ungeduldig sein. Theoretisch sollte man es jetzt mit diese TGA-Dateien hier öffnen kann. Kann man auch. Sieht man ja. Dann einfach ganz normal mit einem Farbeimer Ich habe es bis vorhin bei meinem Großvater immer gemacht. Ähm. Ich denke mal, das wird jetzt so richtig sein. Dann kann man hier aufs Leben blau auswählen. Hier irgendwo das auswählen. Dann hier bearbeiten. Dann kann man das hier dann zum Beispiel äh, ne, abbrechen. Weiß machen. Und dann schnitt man sich einfach hier die Schrift rein. Ganz normal. Schreibt dann einfach ganz normal Polizei rein und dreht das dann halt so, wie man es haben will. Und bearbeitet man das soweit. Soweit man das dann hat. Dann speichert man das wieder ab als TGA. Also ganz normal speichern, abbrechen. Achso. Ja, äh. Änderung verwerfen. Speichert man das Ganze mal wieder ab. So war man alles schön fertig. Alles, alle Teile, die sieht man ja da schön, bearbeitet hat. Und am Ende sollte das ungefähr dann so hier aussehen. Polyheli. So, in etwa kann man das dann am Ende aussehen. So könnte es aussehen, muss nicht. Das ist das, was ich gemacht habe. Das, also man speichert es ja als TGA-Datei ab dann. Ähm, man kann es dann öffnen wieder mit dem ganz normalen, mit dem, warte mal, ich bearbeite es jetzt erstmal, öffnen, mit GIMP öffnen. Ich öffne nochmal GIMP, bearbeite nochmal was ganz schnell. Äh, haben wir jetzt hier schwarz rein. Bisschen dreckig, aber na gut. Das sieht jetzt ziemlich dreckig aus. Ähm, neu. Also diese kleinen Details hier unten, die könnt ihr noch bearbeiten, aber wirklich dann, diese kleinen Fitzeleien, die braucht ihr jetzt hier nicht zu machen. Die hier sieht man noch, die könnte man noch bearbeiten. Also hier ist wirklich, wo man es sehr deutlich sieht, dass es braun ist. Braun und weiß, das kann man dann bearbeiten, so wie man es haben will. Genauso funktioniert das auch mit den Fahrzeugskins. Man muss dann einfach in die Datei reingucken, wo man schon mal sowas hat. Und wo dann die Pfades angegeben sind. Die Pfade, nicht die Pfades, die Pfade angegeben sind. Die nimmt man raus, bearbeitet die. Also entpackt die wieder aus der PBO-Datei. Nimmt die raus, wandelt die aus der PBO-Datei in die TGA-Datei um. Öffnet die mit der TGA-Datei mit GIMP oder GIMP sollte sich eigentlich jeder runterladen können. Oder, ähm, Photoshop. Und das war's schon. Bearbeitet ihr dann damit. Jetzt gehe ich auch mal auf Speichern. Sollte der das eigentlich... Ja, jetzt speichert der das als den, die ich jetzt da habe. Ähm, Exportieren als... TGA, klar. Ersetzen. Ja, exportieren. So. Jetzt haben wir hier die TGA-Datei. Und... Jetzt öffne ich die mal. Was? Wat? Wat will der jetzt von mir? Ich fühl mich jetzt richtig gemobbt, wisst ihr das? Ähm. Ähm, nochmal. Okay. Achso. Ja, die kann ich nicht öffnen, die PPA-Datei. Mit GIMP öffnen. Nochmal. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das ist jetzt... Nichts. Was? Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Speichern unter. Ja, Tagerbilder. Explodieren. Ersetzen. Guck ich nochmal. War das jetzt? Jetzt hat er es Macht. Warum weiß ich jetzt nicht. Vielleicht lag es auch an der Kompression gerade. Da müsste ein bisschen rumbasteln beim Speichern auf jeden Fall. Sollte es dann, ich probiere es jetzt nochmal, Datei, Exportieren. Exportieren als. Wahrscheinlich muss ich wirklich dann hier unten erst TGA-Bilder auswählen. Hier oben ganz normal. Und dann hier unten TGA auswählen. TGA, ne, nicht TIF-Bild. TGA auswählen. Und Exportieren. Ersetzen. Wahrscheinlich kann man auch das Häkchen hier drinnen lassen. Ich probiere es mal. Ne, kann man nicht. Ha! Fehler gefunden. Hehe. Also, wenn ihr das öffnet mit GIMP und dann speichert es, müsst ihr die Kompression, äh, Komprimierung oder Kompression oder was da gerade stand, rausnehmen. Also, TGA gehen. Exportieren. Und, jetzt könnt ihr das auch ganz normal mit dem Textur-Viewer öffnen. Seht ihr auch, als das Bearbeitete, ähm, geht dann, ähm, öffnet es dann wieder, speichert es als PAA-Datei ab, so wie ihr es haben wollt. Äh, also, nein, 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 nein. PAA. Nennt, ändert es noch um. Heli. Dreckig. Und speichert es dann so ab. Am besten keine Leertaste dazwischen, so wie ich es gerade gemacht habe. Äh, umbenennen. So. Hier die Dreckig. So könnt ihr es dann nehmen. Oder wie ihr es haben wollt. Das ist dann die PAA-Datei. Die fertige. Die tut ihr jetzt. Ihr habt jetzt ein altes Live-Server, ähm, Ord-Server. Also die Missions-Datei. Ähm, könnt auch hier einen Ordner machen. Könnt aber natürlich hier einen Core-Ordner machen. Ich würde es jetzt machen, so wie es die meisten machen werden. Äh, im Core-Ordner. Neuen Ordner. Den nenne ich, habe ich Vehicle-Texture genannt. Also Vehicle-Textur. Texture wäre noch ein E hinten dran. Fürs Englische. Hab da die Sachen reingelegt. Das ist jetzt zum Beispiel, jetzt, Heli-Dreckig wäre das jetzt zum Beispiel. Für mich. Aber bevor ich das mache. Da ich ja noch die unbearbeitete Version haben will. Gehen wir auf Kopieren. Einfügen. Ich bin auch mal die Kopie drin. Also, ich habe jetzt das hier genommen. So, lege das hier rein. Heli-Dreckig. Kann jetzt über, ähm, die beiden Ord-Dateien, die ich hier aufgemacht habe, muss ich jetzt hier unten ein Komma dranhängen und kopiere das hier, was ich hier geschrieben habe. Eins hier drunter. Mach das Komma dahinter weg. Kop bleibt. Jetzt gehe ich hier rein. Jetzt muss folgendes sein. Da ich dem, ähm, da ich das hier auf der Server-Datei habe, kommt hier vorne erstens das Slash weg. Oder Backslash. Oder wie das heißt. Ist mir auch egal. Dieser Strich hier kommt hier vorne weg. Kommt dafür keiner hin. Sonst kann er das nicht erkennen. Das hier sind nämlich die Dateien für die, die auf dem Computer sind. Und das sind die, die auf dem Ordner, ähm, auf dem Server sind. Dann machen wir hier vorne Strich. Gehen hier auf, gehen hier weiter. Jetzt sagen wir mal Core hin. Also, wir haben es ja im Core-Ordner. Also schreiben wir hier Core hin. Strich. Jetzt kommt der Strich erst. Strich. Vehicle Texture. Haben wir auch. Richtig. Strich. Jetzt kommt der komplette Name plus die Datei Erweiterung. Das ist Heli Dreckig zum Beispiel dann. Punkt PA. Punkt PA. Punkt. Und dann COP hinten dran noch. Also für wen es ist. Ob es jetzt für Rebellen ist, für die Zivilisten oder für COP. So. Das war's. Dann das speichern wir dann. Dann haben wir hier noch die Wegel. color str.sqf. Da gucken wir noch mal nach. Wir haben hier bearbeitet. B Heli Light. Also, müssen wir hier gucken nach. B Heli Light 01F müsste das sein. Genau. B Heli 01F. So. Jetzt mache ich das hier in ein. In die zweite Ansicht verschieben. Und jetzt wollen wir mal das folgende sehen. Und zwar. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jetzt haben wir hier Case 1, 2, Case 0. Hier fängst du bei 0 an. Das hier ist 1. Das gehört zu dem hier. 2 gehört zu dem da. Bis zum 15. Hier ist das also der 14. Weil es ja bei 0 angefangen hat. Das hier der 14. Also 15. Und jetzt haben wir noch 16. das dazu bekommen. Also müssen wir noch 1 hinten dran hängen. Und das ist dann Case 15. Das würde dann genauso aussehen wie das hier. Das wäre dann aber dreckig. So. Das war's schon. Wir sind fertig. Jetzt müssen wir die beiden Dateien mit den anderen ersetzen. Also am besten die alten löschen. Die beiden wieder auf den Server draufziehen. Und natürlich die Datei hier draufziehen. Kommt Server neu starten. Und das war's schon. Das ist das Server. Also die Datei bearbeiten. Und Datei ersetzen oder hinzufügen. Ersetzen geht schlecht. Man kann es auch ersetzen. Da muss man diese Pfade hier oben einsetzen. Und muss dann halt hier dann bearbeiten. Aber ich denke mal die meisten wollen einfach noch welche dazu haben. Zusätzlich eine große Auswahl haben. Deswegen hängen die das einfach noch dazu dran. Es ist halt nur wichtig, dass diese Anzahl hier mit diesem Case übereinstimmt. Das ist eigentlich schon alles. Aber ich hoffe, ich habe euch jetzt weiterhelfen können. Wenn ihr Fragen habt, habt wegen Textführer oder PRA-Dateien. Wie schon gesagt, wenn ihr das in GIMP speichern wollt, müsst ihr diese komische Kompression oder was da ist am Ende beim Speichern der Säckchen rausmachen. Sonst können sie dann nicht mehr öffnen mit Textführer. Wie schon gesagt, aus PRA-Dateien in TGA umwandeln. Und wenn ihr es als TGA dann wieder gespeichert habt, wieder ein PRA da umändern. Und dann wieder hochladen. Ich habe mal gehört, dass man auch die TGA-Dateien hochladen muss. Man muss halt nur einen richtigen Pfad angeben dann. Hier in dieser komischen Datei muss man hinten halt TGA da dran schreiben. Habe ich gehört, ich habe es nicht selber ausprobiert, weil ich kein Risiko eingehen wollte. Also habe ich das so gemacht. Wie schon gesagt, hier vorne den Strich weglassen. Das ist das Wichtigste. Die Links werde ich euch am Ende reinstellen. Und ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen. Die Fahrte zu den anderen Skins von den Fahrzeugen findet ihr hier drin. Die findet ihr natürlich auch alles in diesen Add-ons Datei von Arma 3. Das ist jetzt was anderes. Das ist der App-O-Data. Add-ons. Hier findet ihr massig alle Skins. Language, Missions, Bearbeitungssachen, Waffen-Skins. Alles mögliche könnt ihr finden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr irgendwelche Skins haben wollt, die ich habe. Ich kann sie euch mal ganz kurz zeigen hier. Die ich selber gemacht habe. Bin ich auch ganz stolz drauf. Hehe. Ich habe immer roten Streifen auf dem Reifen drauf. So sieht das dann aus. Das hatte ich dann gemacht. Ein bisschen, das sind ganz einfache Sachen bearbeitet. Lustige Bilder. Einfach irgendwie draufgelegt. Das war unserer gerade. Der dreckige Heli. Polizei-Heli, den ich auch selber gemacht habe. Dann noch der Polizei-Off-Forder. Das habe ich extra spiegelverkehrt gemacht, da es auch in Realität manchmal so ist. Das ist auch beim Rettungswagen spiegelverkehrt geschrieben. Um es im Rückspiegel sehen zu können. Der SEK-Hunter. Ja. Das wäre es eigentlich schon. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Wünsche euch ein schönes Treibchen auf YouTube. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bei Fragen. Schreibt es in die Kommentare oder meldet euch auf TS3. Auf unserem TS3. Die TS3-IP ist ts3.theskywolves.de Ciao, Leute! Ciao, Leute!